Ich muss nur gucken, dass ich ein bisschen mehr Zeug zum Heilen habe und so. Schrecklich, ne? Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Wie spielt er denn überhaupt? Äh, Call of Duty Black Ops 3. Schrecklich auch gar nicht, meinst du, ne? So Kriegsshooter, mäh. Okay. Haben wir genug, wo muss ich denn hin? Dior lang. Dior lang, Dior lang. Dior lang. Äh. Dann mal wieder dieses Problem. Deniz unterstrich su. Es dauert eine Weile, bis sie auftaut. Hallo, Dennis. Hey, hey. Ja, wie schon gesagt, das ist halt nicht so meins, aber das heißt ja nicht, dass... Also ich bin halt kein großer Fan von Kriegsshootern. Ist einfach nicht so meins, das ist alles. Ich warte hier und seh dir beim Humpeln zu. Das ist aber auch nett. Einmal die Frage ist, sind das hier auch irgendwelche Sachen, die ich... ...zum heilen verwenden kann. Ja, sehr gut. Jo, lörg du mal, lörg du mal. Viel Spaß bei deinem Ziv-RP. Viel Spaß beim Ziv-RP. Das wäre doch gelacht. Nicht, dass sie mich hinkriegen würde, ne? Wie schwer kann es denn sein? Also, wir gucken. Wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Das war nämlich, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Danach. Da. Ich darf die Amy hier nicht mehr siegen. Au. Hau, du wuf! Wuhu. Au. Au. Da war ich so langsam. Ja, wo kommen die denn alle her? Oh no! Au, 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 au. Viel besser. Au, au, au. Nein, das ist ein Stein. Au! Nein, 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 nein. Oh, nice. Sehr gut. Oh Gott. Oh, du stirbst schon. Am Boden. Oh, ich glaube, das war's. Das hier mit den Feuern, das ist halt übelst irritierend, weil du denkst die ganze Zeit, dass hier noch Viecher rumrennen, aber das ist halt, äh, ne? Ist ja nicht so. So, warte. Ich brauch Sprengsätze. Und Zeug zum Heilen. Äh, 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 äh. Einmal dieses. Holz. Heilung. Also, halten wir fest. Diese Ecke hier ist ein bisschen böse. So, eins noch. Wie, ich hätte... Ich hätte hier auch einfach hochgehen können. Oh no! Oh no! Äh. Das war so dumm. Oh mein Gott, war das dumm. Ich hab so gedacht, ja, mal gucken, ne? Schauen wir mal, was passiert. Ähm. Wir sind endlich tot! Wir sind endlich tot! Nein! Wirklich! Ach, scheiße. Ich hätte nicht gefragt, ob du mitkommst, wenn's anders wäre. Was? Ich hab mich nicht... Fast hier. No! Wenn du zur letzten gerade war, haben wir ja schon laufen. Oh, jetzt darf ich das nochmal machen? Fuck. Oh, das ist jetzt aber sehr... Da steht schon aber äußerst... ...blüht. Au! Mann, warum bin ich denn so? Aua. Sag mal... Ich will mir eigentlich das Ding auf dem Rücken abschießen. Guter Treffer! Au! Okay. Meine Fresse. Gut, ich bin auch so ein bisschen unkonzentriert, was einfach daran liegt, dass ich so... Komm schon! Komm schon! It's simt! Das ist wirklich so ein bisschen Kacke. Wir haben keine Sprengkapsel mehr. Oh, oh. Komm schon, ja. Ah, 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 ah. Ja, komm. Meine Fresse. War's das jetzt? Ah, nein, war's nicht. Wär ich ja nie draufgekommen, E-Loy. Ah, 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 ah. Ah, ah. Samba, wo kommen die denn jetzt alle her? Oh, wo kommen die denn alle her? Das war alles, was ich hatte. Ist gar nicht wahr. Geh! Komm schon! Ja. Oh Gott, sei Dank. Das ist echt nicht geil, was die hier veranstalten. Sonst habe ich das Gefühl, aber das werden immer mehr. Oh Gott, ich bin. Lauf, 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 lauf! Ich darf die Tür öffnen, bitte. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch Mist. Ich glaube, ich sollte was anderes machen.